Egal was Ihre Gasdruckfeder leisten soll, das Online-Berechnungsprogramm von ACE hilft Ihnen. Schnell und zuverlässig. Sie suchen die geeignete Gasdruckfeder für Ihr Projekt. Bei ACE ist es kinderleicht, die richtigen Produkte zu finden. Zuerst geben Sie alle Maße der geplanten Klappe ein. Eine visuelle Simulation zeigt Ihnen direkt das Ergebnis. Nun berechnet das Online-Berechnungsprogramm Ihre Gasdruckfeder. Danach wird Ihnen eine Auswahl passender Produkte gezeigt. Nun wählen Sie die passenden Anschlussteile aus. Und optional das Montagezubehör. Und fertig. Die 3D-Animation zeigt Ihnen Ihr fertiges Projekt, inklusive der ACE-Gasdruckfedern. Wenn Sie möchten, können Sie sich eine detaillierte Montageskizze erstellen lassen. Die Konfigurations-ID erleichtert uns die Zuordnung Ihres Projekts, falls Sie noch Rückfragen haben oder lieber telefonisch oder per E-Mail bestellen möchten. Das war's auch schon. Checken Sie über den Warenkorb aus und gehen Sie zur Kasse. Bezahlen Sie bequem mit den üblichen Zahlungsmitteln. Untertitelung des ZDF für funk, 2017